Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern hatten wir den Freitagnacht Fortnite Cup gespielt. Bei dem Cup konnte man nur ein Bannesymbol gewinnen, ansonsten nichts anderes. Wir wollten auch wirklich nur das Bannesymbol haben, hätten natürlich auch noch viele Runden mehr zocken können. Aber uns ging es wirklich nur darum, wir wollten nicht lang zocken. Deshalb etwas kürzere Highlights heute. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Abo freuen. Lass gerne auch eine Bewertung auf dem Video da und schreib einen Kommentar. Für den YouTuber-Algorithmus, damit er das Video ein bisschen hochpushed wird. Und ich hoffe, wir werden sich freuen und unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ich kann nicht markieren. What? Sie campen einfach im Busch. Im Busch campen die. Jones, Edits? 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 Next, Edits. 13 Tage war wieder so klar. Ist Todesloh? Alter, ist derloh. Der Außenfeld auch noch. Nur am Campen, die Leute. Lass lasern, lasern. Welchen? Der hier vorne. Drei, zwei, eins, raus. White, 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 white. Einer ist ziemlich lang in der Zone. Ja, ist mal der da. Jetzt passiert doch mal was. Jetzt wird das auch ein bisschen nerven. Der verbräuchte ja die ganzen Menz, ne? Unser Maid läuft einfach nur hinterher, was ein Mixer. Rocket Launch. Wo, rauf? Okay, bei drei. Da. Drei, zwei, eins. Nochmal, nochmal. Hab einen. 115er. Mach du das als der Erste. Drei, zwei, eins. Stark, Joe. Und das. Sehr gut. Den hatte ich schöner. Ehre, den hatte ich letzte Runde. Aufstauen. Team Sniper. Der ist schon weg. Ja, hier habe ich. Nein. Ja, Jonas, wir wissen, dass du keinen hast. Alles gut. Hier liegen noch Metz. Ja, juckt nicht. Ich habe zu fassen. Ich brauche da eine Tag. Ja, okay. Hier vorne ist jemand drin. Werden gepressured. Der Holz. Nein, hatte er nicht. Er hatte alles, aber kein Holz. Hier liegt noch. 85 noch. 75. Ey, hier sind Gegner. Auf der Brücke. Ich muss ein bisschen Netz fahren. Ich brauche gleich wieder App in T-Mood. Ein bisschen. Ich habe noch zwei. Wollen wir ja Rocket launchen? Haben wir auch noch zwei? Hab gedroppt? Nein, lass nicht. Ja. Hat wer? Ja, habe ich. Gut. Last title. Eine Schild broke. Drei. Last three. Zwei. Eins. Ehrung wert. Wo unten? Hab ihn. Hier ist noch eine goldene P90. 460 Steine und 50 Meter. Bill break, hab den, hab den unter der Brücke. Alles gut. Liegt hier noch Holz im Bucht? Nein. Wir müssen mega weit. Wir müssen mega weit. 141 Meter, da gibt es noch ein bisschen was. Digga, der Fluss fuckt richtig ab. Ich komme hier nicht raus. Aber du musst. Da oben, ne? Ich schieße die runter. Leute, lass die hier rauf gehen. Es ist schlecht. Wir können da nicht direkt, ja. Wir haben ganz gepusht. Das Teil ist nicht zu unermachen. Ja, egal. Danach nehme ich Sipplein runter. Hier ist jemand. Der macht mich gar nicht. Da ist er weg. Hier, vorne. Einer fast da. Einer richtig low, ne? Einer minus 99. Da oben minus 99. Der bei Lars ist low, glaube ich. Ja, ist er. Ab den Nord bei Lars. 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 Hab einen. Hab einen. Oh mein Gott. Es ist nicht mehr viele. Und wir haben die 29 Punkte. Nein, what the f**k Wir haben den Ring geholt Wie viele Punkte hast du? 39 Ja, wir auch